Ich möchte das Innenohr, diese Gehörschnecke erklären, die ist hier nochmal schön groß gezeichnet und da kommt hier der Schall rein, so als Welle und die Frage ist, wie läuft die Info dann zum Hirn, was für eine Verarbeitung funktioniert. Ich mag die App Phyfox, da habe ich nämlich sowohl Audiooszilloskop als auch Audiospektrum und genau das funktioniert, das passiert, nämlich im Innenohr. Also im Oszilloskop habe ich jetzt hier eine Sinuswelle, sowas kommt im Trommelfeld an und dann über Hammer, Amboss, Steigbügel. Da habe ich, wenn ich so eine Welle habe, dann interessiert mich vor allem die Amplitude, wie laut ist das Ding, also je höher der Berg, umso lauter und dann dieser Abstand, das ist zwar in dem Fall die Zeit T, aber die hängt mit der Frequenz zusammen, also Frequenz und Lautstärke. Und beim Audiospektrum, da habe ich eben dann nur Frequenz und Lautstärke, also da habe ich hier, sehe ich die Frequenz, die ist hier auf der X-Achse und auf der Y-Achse, wie laut ist welche Frequenz. Und diesen Übergang, das versuche ich zu erklären, wie macht es die Cochlea, dass wir die Daten verarbeiten und diese Info dann ins Gehirn schicken. Da gibt es jetzt noch eine schöne Simulation hier, das versuche ich damit. Wenn ich jetzt, normalerweise höre ich ja mehr als nur einen Ton, zwei Töne, wenn ich zwei Töne höre, dann kommt die Summe am Trommelfeld an. In dem Fall könnte ich sogar per Auge noch sagen, es sind wahrscheinlich zwei Sinustöne. Aber wenn ich ein Symphonieorchester höre, dann sind ganz, ganz viele Töne und die Summe ist so etwas. Und dieses etwas, also dieses, auch so eine Rille von einer Schallplatte, die ist ja so, die kommt an der Stelle, geht die rein in die Gehörschnecke. Und was die Gehörschnecke schafft, ist sie dann das auflöst und sagt, aus welchen Frequenzen besteht es, also wieder zurückrechnet und es ans Hirn gibt. Welche Frequenzen sind es? Also aus so einer komplexen Funktion wieder zurück. Hier habe ich nämlich mehr als nur eine. Da habe ich eins, zwei, drei laute Frequenzen und so ein paar weniger laute Frequenzen. Diese Info möchte das Gehirn haben, um zu verstehen, woraus besteht es. Ja, ist das Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang, welcher Gesang singt da ein Herr oder eine Dame und so weiter und so weiter. Und da brauchen wir diese Geschichte. So, wie läuft es? Also ich habe die, das ist jetzt nicht einfach so eine Schnecke, sondern die ist zweigeteilt. Ja, da ist hier noch so eine Membran drin, sodass der Schall hier rein kann und da wieder raus kann. Und das zeichne ich jetzt aufgerollt, ein bisschen, dass es schöner ist. Genau, also so aufgerollt, so. Und da ist dazwischen, das nennt man Basilar-Membran, die ist sehr wichtig. Und an der Stelle, so, hier kommt der Schall hinein. Und an der Stelle hier kommt der Schall raus. Ja, rundes Fenster, ovales Fenster oben, rundes Fenster unten. Und der, wenn hier der Schall aus zwei Frequenzen besteht, 20.000 Hertz und irgendwie 1.000 Hertz, ja, so. Dann ist, also hier hinten am Anfang, das sind die ganz hohen Töne. Die Membran wackelt, also hier sind so Haarzellen drauf auf der Basilar-Membran. Und das wackelt auch mit, aber nur bei 20.000 Hertz. Und dieses Kilohertz, das ist diesem ersten Teil von der Basilar-Membran völlig wurscht. Und dann gibt es hier irgendwo so einen Teil, der wackelt bei genau einem Kilohertz, bei 1.000 Hertz. Also da wackelt die Membran und da sind diese Haarzellen und die wackeln damit. Und das geht hier bis 20 Hertz. Das ist da hinten irgendwo, die ganz tiefen, tiefen Basstöne, da wackelt die Membran hier. Das heißt also, da laufen verschiedene Frequenzen erstmal gemeinsam. Und die 20 Kilohertz, die gehen hier durch und die 1.000 Hertz laufen hier durch. Und die 20 Hertz, die würden hier durchlaufen. Und so nimmt jeder seinen Weg. Und die Info so, dass hier die 20.000er wackeln und hier die 1.000er wackeln und vielleicht noch 20er wackeln. Diese Info geht ans Gehirn. Und das Gehirn hört dann, ja, aha, also welche Haarzellen wackeln, weiß dann, die Haarzellen gehören zu diesen Frequenzen. Und wie stark wackeln die? Also welche Amplitude habe ich? Das heißt, das Gehirn bekommt jetzt so eine Information. Ja, also das kann man sich hier so vorstellen. Da ist jetzt hier so die Basilarmembran und da sind die Haarzellen und die wackeln und die und die und die und die nicht so stark, aber auch noch ein bisschen. Und die anderen sind still. Ja, also da ist nicht so viel los. Die sind still, da ist nichts. Und die Info, die ist interessant. Genau, also das ist der Kern, also dieses Übertragen. Also das Trommelfell ist ja nur ein einziges Trommelfell. Das hat nur eine einzige Schwingung. Die sieht man hier und das Gehirn hat aber so eine Frequenzanalyse. Ja, genau. Was ich noch unten verlinke, ist von Herrn Fendt. Die ganzen Schallwellen, die kann man sich hier so vorstellen. Das sind eigentlich Longitudinalwellen. Und hier geht es um stehende Wellen. Und wenn die Cochlea so eine Schnecke wäre, dann würde ja der Schall reingehen, reflektiert werden und wieder zurücklaufen. Und dann hätte ich solche stehenden Wellen und das will ich nicht. Und deswegen ist es aus physikalischer Sicht so wichtig, dass ich hier so einen Ein- und einen Ausgang habe. Also dass hier der Schall reinläuft und wieder rausläuft, über die eustachische Röhre dann irgendwo wegläuft. Nie reflektiert wird, also nie wieder zurückgeht und nie diese stehenden Wellen bildet, sondern schön an den Haartellen vorbeiläuft oder eben auch mal hier so eine Abkürzung nimmt, über die Basilarmembran, aber immer so sich nicht stört. Genau. Ja, das war es.